Hi, ich bin die Isabel und ich habe letztes Jahr 2021 meine Ausbildung hier bei Aghello angefangen. Wir suchen für ab sofort oder für 2023 einen Auszubildenden im Bereich Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Du solltest einen qualifizierten Hauptschulabschluss mitbringen, Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen und Rumänischkenntnisse wären von Vorteil, ist aber kein Muss. Du solltest ein kommunikativer Mensch sein und ein selbstsicheres Auftreten mitbringen. In der Ausbildung können wir dir eine übertarifliche Ausbildungsvergütung bieten, ebenfalls 30 Tage Urlaub. Neben deiner Vergütung bekommst du auch noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, einen festen Ansprechpartner, der dich deine gesamte Ausbildung über begleitet und nach der Ausbildung hast du gute Übernahmechancen. Wenn du Lust hast auf eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung, dann bewirb dich bei uns, wir freuen uns auf dich.